Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XIII Und jetzt, hm, ich muss mir was überlegen Bei diesem Typen Nächster Versuch Ja, die beiden sind Die drei Sachen sind schon mal richtig Außer das da vielleicht Da muss ein Verheerer hin Die drei Sachen sind schon mal richtig Die drei Sachen sind schon mal richtig Ja, die drei Sachen sind schon mal richtig Die drei Sachen sind schon mal richtig Das ist schon mal richtig Auf geht's, der vierて'll Dann müssen die drei Sachen waren Aus geht's, dass die drei Sachen sind Na, komm runter. Ow, ah. Ow, ah. Ow. Megavita. 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 Oua! Das geht sogar noch schlechter. So. So funktionieren wir jetzt auch nicht. So, neue Taktik 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 Mal gucken, ob das hier funktioniert Mal gucken, ob das hier ist So, Blitzschlag. Oh. 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 Mega Vita So, mach mal einen Engel, bitte Wieso ist er jetzt auf mich gegangen? Der Typ ist schwierig Try not on me So, mach mal einen Engel, bitte 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 Mach mal ein bisschen Heilung Oh, er hat überlebt So, mach mal einen Engel, bitte So, mach mal einen Engel, bitte So, mach mal einen Engel, bitte Ow! So, mach mal einen Engel, bitte So, mach mal einen Engel, bitte So, mach mal einen Engel, bitte Hei la Nicht Vita machen. Du sollst Engel 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 machen. Nur noch ein bisschen Vielleicht haben wir einen Schock Jetzt ist er im Schock Und Schaden machen Besiegt Die richtige Taktik macht's Ja 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 Das war's für heute. Ich hoffe, das waren die, die ich eben mal hatte. Auf jeden Fall, das hätte mir was gebracht. Hm, Leben. Hm, fast. Da habe ich jetzt, glaube ich, alles. Was ist das da für eine Fähigkeit? Hast? Oh. Und da ist Stopgar. Wo war ich jetzt gerade am weitermachen? Ah, ich war am Verheerer weitermachen. 18.000. 18.000. Wollt ihr jetzt nicht ganz raus? Ja. 20.000. 21.000. Das war's für heute. Da kriegt er wieder viel Angriffskraft. Und da ist... Oh, da ist er wieder ein Krass des Lebens. Das sind 500 Trefferpunkte, die hier sind. Wow. Wie viel Leben kriegt er denn noch? Wow. Der kommt locker über die 8000. Na, was ist denn das hier eigentlich für... Was ist denn das hier? Was hat der jetzt zu melden? Uh... Das war's für heute. Diese Aufgabe müsst ihr eigentlich auch noch machen. Warum ist es jetzt hier so neblig? Auf zum Speicherpunkt. Ich wollte jetzt eigentlich nicht hier hoch. Äh, wat? Na, hier ist das nicht. Wo? Hier. Na, was hab ich denn gefunden? Ein Brock. Wat? Äh, nicht in die Richtung. Ah, hier oben. In welche Richtung? Wieso fände ich hier andauern jetzt was? Ja, ja. 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 Ja. Ja, ja. Ja, ja. Na, ja. Ja, ja. Ja, ja. Durchlassen, bitte. Genau, rennt in mich rein. Und absteigen. Und hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part.